moin oder was geht es gibt die nächste enthüllung von need for speed unbound die gucken wir uns gleich mal an da sind ein paar interessante sachen noch dabei und vor allem wird da auch noch mal bestätigt das was ich auch schon in einem extra video behandelt habe mit den effekten da ihr wisst bescheid aber ich will vorher noch mal eine sache muss man so mal ganz kurz angucken hier ganz viele leute haben mir bei insta geschickt guck mal hier da kannst du dir schon zwölf minuten gameplay von need for speed unbound angucken aber da muss ich einfach mal selber muss man sich einfach mal selber fragen so was stimmt eigentlich mit den leuten nicht digga also ich sag mal wenn man nicht wirklich komplett blind ist dann hätte man eigentlich sehen müssen dass das nicht anbauen ist ich hoffe einfach dass er diese scheiße nicht monetarisieren konnte hier ne n freeze ja rechtlich korrekter typ digga also mehr clickbait geht ja überhaupt nicht ne 100.000 aufrufe kommentare sind natürlich deaktiviert wir werden auch das video nicht anklicken also wenn man sich nur das bild mal angucken ja dann bräuchte es auch gar nicht auf groß machen dann guckt euch doch mal nur die bäume und die straße an jetzt hier da sieht doch die also meiner meinung nach sieht man ja jetzt schon was das für ein spiel ist oder nicht so und wenn man sich das video dann anguckt dann sieht man schon bei sekunde zwei wir sind jetzt hier bei sekundes zwei jahre und screenshot dann sieht man schon dass das need for speed ist die tankstelle kennt auch jeder hier dass da oben ist ja wohl auch eindeutig hier da hinten ist unsere garage bla 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 also das erkennt man doch oder nicht und guckt auch mal hier das sieht man noch die story charaktere noch also bruder ganz ehrlich ne also komplett lost ne also guck mal hier 100.000 aufrufe dafür sind 900 likes sehr sehr wenig ne aber dass das überhaupt 900 leute geliked haben da bin ich einfach raus ja ja scheiß drauf so wir gucken jetzt mal die enthüllung hier an also jetzt geht es in der kompletten enthüllung so ein bisschen um anpassungen um diese comic effekte um tuning so ein bisschen und so in die richtung ne hier sehen wir schon mal ein screenshot da sieht man hier oben sieht so im mode das gab schon mal bei payback da hatten wir mal so im mode gemacht die im mode die sind glaube ich gekoppelt an dem reifen qualm weil das gehört irgendwie immer alles zusammen wenn ich das richtig verstanden habe hier ist viel text dabei das lesen wir uns ich lese das jetzt nicht vor digga weil hier ist so viel gegendert und so eine scheiße lese ich nicht ich bin auch hier für frauenrechte und lgbtq dingstar boomstar ihr wisst was ich meine da keine frage digga das ist ja für mich ist das so was selbstverständlich aber dieses gendern digga das hat damit überhaupt nichts zu tun er ist einfach nur dämlich also ganz hier oben zum anfang sollte man vielleicht mal darauf hinweisen gibt so eine kleine keine ahnung der anekdote wie auch immer du das jetzt hier nennen willst so ne aber was mir aufgefallen ist das kann was bedeuten aber ich glaube irgendwie nicht hier steht aber wird noch einen genauso lauten motor und jetzt in klammern oder eine brummende batterie unter der motorhaube hat also da kann man jetzt was rein interpretieren digga aber ich kann mir absolut nicht vorstellen dass sie nicht für speed anbau und elektroautos drin sein werden digga da oder das glaube ich einfach nicht ich glaube das ist hier wirklich so eine metapher mäßig daran da so ein bisschen aber ich glaube nicht dass das irgendwas bedeutet so hier ist auf jeden fall wichtig nie etwas mit anbauen gibt ja ein geschwindigkeitsrausch bla 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 und jetzt hier das was ich auch schon in meinem video gesagt hatte ich pack doch mal alle links zu den videos in die video beschreibung dass man hier die comic effekte einfach ausschalten kann aber natürlich kannst du auch weiterhin ultra real in ultra realistischen autos durch atemberaubende umgebung rasen sind deine möglichkeiten zur selbstentwicklung keine grenzen gesetzt von autos und kleidung also wird schon mal die kleidung erwähnt das heißt wir können auch wieder nicht mehr drauf schon gedacht habe einen charakter anpassen wie bei need for speed heat dass man sich am anfang einen aussucht und dass man den dann noch irgendwie mit kleidung da ja ich fand das ziemlich geil bei need for speed heat dass du deinen charakter anpassen konntest und es gab auch markenklamotten adidas zum beispiel fällt mir da jetzt spontan ein das problem ist dass wir jetzt hier in dem spiel ein comic charakter haben einen dreidimensionalen comic charakter und da kommt sowas überhaupt nicht mehr rüber finde ich das ist für mich dann also ob das jetzt eine markenklamotte ist oder nicht das ist für mich dann komplett sinnlos die wir text nennen also die ganzen effekte nennen die da einfach tags und wir werden gleich noch mal da gibt es noch einen trailer zu den gucken wir uns noch mal kurz an und da wird man auch sehen wie das so funktioniert mit den tags ne ja damit ein bisschen auf diese street artist hier eingegangen die straßenkünstler und so ein graffiti dings ne anscheinend haben die ja auch richtige real life echte straßenkünstler da oder eine bekannte leute einfach organisiert die dann da irgendwelche bilder entwerfen die du hier in need for speed heat an den wänden sehen kannst wenn du da vorbeifährst dann kannst du das angucken oder du kannst es irgendwie auch einsammeln so wie diese was haben die auch von heat wieder es ist wirklich einfach so ein bisschen wie von heat ne da waren doch auch überall graffitis oder sticker haben wir es da genannt keine ahnung wie das da genau hieß oder decals weiß ich nicht das war da an den wänden und das konntest du wenn du vorbeigefahren bist einsammeln und wenn du das eingesammelt hast dann konntest du genau dieses dieses graffiti dann im tuning auf dein auto dran dran kleben irgendwie tun die jetzt hier so als ob das was neues wäre aber das ist gar nicht nur eine das einzige was vielleicht neu ist ist das hier was an den wänden von wirklichen künstlern entwickelt wurde so ein bisschen wie bei forsa ich erinnere mich da an diesen komischen löwen zum beispiel der ja richtig krass aussieht ja hier steht auch verschiedener street art stile von mehreren künstler von mehreren künstlern aus aller welt darunter jetzt kenne ich natürlich alle nicht in der centrock und jc rivera da bin ich raus keine ahnung so hier noch mal eine krasse sache zum tuning auf jeden fall persönlichen stil neue folien das schon mal cool weil die die sticker und so die man da mit folien also im folie editor drauf machen kann die gibt es ja schon seit also viele sachen davon gibt seit need for speed 2015 dann kam es in peric vielleicht bisschen was dazu und dann kam wieder was in da wieder zu und jetzt haben wir noch mal wieder was dazu bekommen anscheinend vollständige kids gibt es auch wieder ich überlege gerade in heat da gab es auch glaube ich autos für die komplette kids hatten oder nicht zumindest erinnere ich mich an payback da gab es auf jeden fall so komplette kids die man anbringen konnte ich glaube zum beispiel bei dem vw beatle oder so konnte man komplettes kit dran machen was an geisteskrank aussah was aber jetzt auf jeden fall neu ist und was ja richtig geil finde indem du teile entfernst wie bei dem mercedes den man da gesehen haben von hinten oder dabei noch in silvia wo man das von vorne gesehen hat wo wirklich die schürze so ab ist und dass man so da reinglutzen kann das ist ziemlich geisteskrank so kann das mechanische in leben deines wagens freilegen bin mal gespannt ob das auch mit der motorhaube geht damals hatten wir mal ein glitsch bei need for speed payback dass man irgendwie die motorhaube entfernt konnte und das sah auch schon ziemlich krass aus und es gibt ja auch in real life so ne klar ist sie dann nicht komplett weg aber du bist dann vielleicht so eine plexiglas plastik scheibe drüber dass man so den mal da reingucken kann so die charaktere kann man auch noch weiter anpassen indem man hier noch irgendwelche posen hier gibt das ist neu also anpassen kennen wir von heat dass man jetzt auch noch posen machen kann ist neu kennt man aber vielleicht von call of duty oder so ne wann haben wir das eingeführt weiß nicht black ops 3 oder so kein plan dass man dann wenn man jetzt zum beispiel gewonnen hat dann steht das sieger team bei call of duty da kann jeder seine komische pose machen hier ne irgendwas halt so ne ja wenn man natürlich durchs ziel gefahren ist dann steht man ja meistens dann irgendwie rum zumindest bei heat steht man dann neben dem auto da und dann steht da wie viel geld du bekommen hast dann steht er wahrscheinlich hier so in der pose die du da jetzt gemacht hast ne bei forza ryzen 5 ist zum beispiel so da kann man auch solche posen machen aber die sind beweglich ne wenn du das rennen dann gewonnen hast dann steht das team da und jeder von den männchen macht dann sein sein emote oder pose was du da hinzugefügt hast vielleicht kann ich da noch mal irgendwas einblenden so das war's auf jeden fall damit jetzt kann man auch mal den trailer reingucken weil da können wir nämlich jetzt noch mal sehen wie das alles funktioniert und was wir jetzt auch sehen also erstmal finde ich schade dass das hier wieder nur in full hd geladen wurde und nicht mehr in 4k ne ich würde sagen lassen einmal durchlaufen und dann gucken wir noch mal auf paar details das auto auch ne also das haben wir schon in meiner story gesehen habe ich schon gepostet da noch mal ne was das für eine anpassung hat bruder überall käfig auch geisteskrank ja genau das haben wir die effekte sehen hier das war's schon da müssen wir noch mal ganz genau hingucken weil da sind so viele sachen also erstmal hier wenn er jetzt hier so steht das sieht nach einer geilen aufnahme aus gleich wenn er fährt ist das halt wirklich irgendwie nur noch full hd ne also das ist hier in 4k aufgenommen aber ich glaube das andere nicht da oben rechts steht carshow habt ihr das gesehen meint ihr da kann man so ein tuning treff veranstalten oder was ja jetzt kommt hier schussio effekt da müssen wir jetzt mal das ganze auf ganz langsam stellen hier weil sonst kommst du da gar nicht hinterher ne jetzt kann man schon mal gucken da sehen wir auch hier driving effekt schrägstrich tags so heißen die dinger hier also hier sucht man jetzt anscheinend den reifen qualm aus aber was man auch sieht hier drüber ist immer so ein graffiti in dem fall jetzt hier so eine pizza ne anscheinend ist immer der rauch gekoppelt an diesen emote da drüber was man auch sieht hier diese kreise und x die haben dann auch die gleiche farbe wie der rauch hier ne und was man auch noch sieht an den felgen da sieht man ja immer diesen kreis jetzt in dem fall ist es hier ein viereck kann man jetzt das dreht sich halt so damit also ich habe das gefühl es gehört immer alles zusammen ne und wahrscheinlich auch wenn du den nitro boost drückst kommt dann auch noch mal so ein effekt der dann in der farbe ist aber da kommt gleich auch noch mal was anderes hier pass auf da haben wir noch mal einen anderen da sieht man auch wieder ne der rauch hier gekoppelt an den emote und auch um die reifen drumherum um die reifen drumherum das ist irgendwie alles immer zusammen ne das gehört anscheinend wirklich alles zusammen es ist immer ein emote dabei ein rauch das und die felgen jetzt in dem fall ist er doch auch hier auch da ein nitro nitro farbe war auch dabei ne da das alles ist so bläulich hier und die nitro farbe ist dann auch in dem gleichen farbton also ich bin echt dafür dass man sich die nitro farbe einzeln aussuchen kann aber na gut ich muss aber auch dazu sagen jetzt in die for speed heat oder so ich habe einfach gar keine nitro farbe reingemacht weil mir das dann zu kunter bunt wird alles ja hier sieht man auch zum beispiel hier ist die nitro farbe jetzt wieder grün und es ist jetzt keine normale flamme so wie need for speed heat sondern es sieht halt auch aus wie ein graffiti ne das finde ich persönlich auch nicht geil weil aus dem auspuff kommt kein graffiti da kommt entweder gar nichts raus oder von mir aus eine flamme wenn du ein krasses auto hast man sieht jetzt nicht dass man die sachen einzeln machen kann hier unten steht nur es gibt 44 stück verschiedene und man sieht auch nicht dass man gar nichts einbauen kann und wer mein anderes video halt gesehen hat hier comic effekte entfernen der hat ja eindeutig in dem video gesehen dass es auch normalen reifen qualmen gibt man sieht das jetzt aber hier nicht finde ich schade hätte man so zeigen können aber ich habe das gefunden auf jetzt weiß ich nicht mehr twitter oder instagram das muss ich mal kurz einblenden so nämlich hatte nie vor speed dazu auch gepostet hier schuss uhr driving effekt bla 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 und da hat wohl jemand gefragt irgendwie ob man die auch ausschalten kann beziehungsweise gar keine einbauen kann und das haben sie auch beantwortet ich finde ich richtig geil ich weiß nicht warum die damit so komisch das ist halt so eine sache das hätte man jetzt hier im trailer zeigen können dass man auch gar nichts einbauen kann die promoten das überhaupt nicht weil sie müssen doch wissen dass sich so viele leute darüber beschweren dass es diese comic effekte da an den autos gibt also da hätte man ja auch mal irgendwas in den trailer einbauen können und die leute hier zu beruhigen aber jetzt haben sie auf jeden fall geschrieben yes you can ja bruder englisch beste reden yes you can turn the effects off ja mehr wollen wir gar nicht wissen in fact you can choose to not have them on the first place if you want weißt du bescheid also first place wahrscheinlich meint er hier also wir gehen jetzt hier gerade bei 14 von 44 ganz oben wahrscheinlich kannst du auswählen da keine effekte 1 plus auf jeden fall sehen wir hier auch zum ersten mal glaube ich sogar ne zum ersten mal das overlay von need for speed anbauen das finde ich sehr sehr cool erstmal schon mal ein pluspunkt hier oben steht wie viel prozent fortschritt haben wir gerade im rennen und in welcher runde sind wir ne da gibt es ja spiele die zeigen dir nur an in welcher runde du bist forza horizon 5 zum beispiel der sagte nur ja du bist jetzt hier in runde eins von zwei ja aber wie du kannst ja gar nicht einschätzen wie vielleicht geht das ja auch eine halbe stunde das rennen oder so das kann man ja gar nicht einschätzen dann gibt spiele die haben nur eine prozentanzeige so wie in the crew da manchmal oder hatten die beides ich weiß auch nicht mehr auf jeden fall die beste lösung ist beides zu haben wie viele runden muss man fahren und in welcher runde bist du und wie viel gesamtprozentualer fortschritt ist das perfekt digga und hier unten rechts sehen wir auch nochmal den tacho den finde ich ganz ehrlich sagen den finde ich irgendwie sehr komisch der sieht halt auch so comic mäßig irgendwie aus oder das ist nicht so gut so ein bisschen gezeichnet irgendwie ich vermisse wirklich die tachos von früher von need for speed underground oder so weil die waren so die sahen eben ein bisschen realistischer aus und du konntest die halt anpassen du konntest da auch den tacho anpassen wenn du sagst er soll so oder so aussehen die oder die farbe haben das fand ich halt richtig geil aber ja gut ist auch nicht so wichtig ansonsten der links immer noch mal die map und also wirklich hier sind wirklich man entdeckt hier immer wieder elemente aus need for speed heat ich weiß ob ihr das sehen könnt aber achtet mal auf die checkpoints hier sind manchmal die bullen sind jetzt hier weiß auch mal was anderes sieht auch auf jeden fall cool aus aber es fühlt sich einfach wenn man es guckt direkt an wie ein ganz normales need for speed hier sehen wir auch mal die checkpoints die haben anschein auch verschiedene farben vorhin war nämlich gelb jetzt haben wir hier so einen grünen und daneben so einen roten und das ist genau die gleiche form wie in need for speed heat da hier sind jetzt zum beispiel wieder gelb aber ich glaube gelb ist einfach immer nur das ziel aber ich finde es echt cool ist mal so ein bisschen zu sehen naja die sind auf jeden fall immer man sieht das hier sind so halb durchsichtig da kannst du auch ganz normal durchfahren es ist ja sehr komisch wenn man sieht dass das selbst die form ist gleich wie bei need for speed heat mir persönlich kommt das alles so vor als hätte man einfach need for speed heat genommen das einfach von der map komplett anders gemacht und das alles so ein bisschen um umgebaut und dann ist es jetzt ein neues spiel das fühlt sich nicht ganz so an wie ein komplett neues spiel ne ich finde auch von der optik her sieht das einfach aus wie heat so ne man muss aber dazu sagen die grafik ist auch jetzt übelst scheiße ne da kann man also das ist wirklich sehr sehr schlecht ne da bin ich mal gespannt wenn ich das dann zocke ich hatte das ja auch in 4k 60 hoch ganz normal weil das spiel kann man auch soweit ich weiß in 4k 60 fps zocken wie sich das gehört next gen halt hier ist eine lustige szene wir machen das mal auf langsam ich weiß nicht ob das ein extra fail ist oder einfach so ein fail oder keine ahnung man sieht ja jetzt kann man schon erkennen wo er hinfliegen wird nämlich genau an den doppel t träger da oben das heißt er wird jetzt sterben und das ist anscheinend der effekt wenn du stirbst ja ok was man noch gesehen hat was jetzt vielleicht gar nicht so auffällig war ja am anfang hat man das jetzt nicht gesehen aber hier zum beispiel oben rechts haben wir einmal unser cash und jeder neben haben wir unser heat level anscheinend gehe ich mal davon aus dass da sieht er mich ist ja auch so eine flamme ne das erinnert halt auch wieder an need for speed heat nur dass das jetzt hier nicht in vollen ganzen schritten geht sondern anscheinend in 0,1er schritten oder so und bei heat hat man das halt nicht da waren das halt auch so kleine schritte aber das hat man nicht gesehen weil die flamme einfach immer nur immer ein stück voller geworden ist ne ja also es ist ganz viel heat was man auch gesehen hat das was man auch schon gelesen hat und zwar dass man einmal geld hat im online und geld irgendwie im multiplayer hier oben sieht man jetzt zwei dollar beträge einmal ein hoher betrag in grün und ein niedriger betrag in rot ich weiß nicht das könnte auch was mit der nacht zu tun haben hier dass man vielleicht das rote geld jetzt in der nacht verdient hat und wie bei heat wenn man dann nicht ins haus kommt wenn man es nicht schafft aber von den bullen aufgehalten wird dass man dann den betrag nicht bekommt und der wieder abgezogen wird aber das weiß ich jetzt nicht das ist spekulatius wieder hier ne aber es wirkt halt alles wie heat auch hier wenn man sich die map anguckt die straßen und so das sieht alles aus aber ich finde generell hier chicago eine coole stadt weil das halt wirklich so underground flares hat ne aber auch mit dem mit dem bäumen da hinten also die ganze aufteilung von der map ist ja gleich ich habe jetzt genug videos dazu gemacht also ich muss das nicht noch mal sagen aber die aufteilung von der map so erst mal sieht die map im großen und ganzen fast genauso aus und dann die aufteilungen auch wo was und wie das so ist ne guckt euch mal das video an zu den maps ich verlinke noch mal alles in der beschreibung und ja bruder ich weiß auch nicht ne ich würde einfach sagen ich bin mal auf eure meinung gespannt hier sieht man jetzt halt wirklich ein paar sachen wo man sagt bruder das ist doch einfach wie need for speed heat so ein bisschen ne was ich auf jeden fall nicht hoffe ist dass das genauso kurzlebig ist wie need for speed heat ne weil das war ja schon wirklich traurig also das war wirklich traurig bin gerade dabei die story von heat nochmal durchzuzocken und die ist halt wirklich also das ist ein paar in paar videos ist das halt komplett erledigt ne und vor allem das zocken an sich du musst ja ein level erreichen damit du deine teile auch alle einbauen kannst wie schnell du das höchste level erreichst das ist halt wirklich kinder geburtstag ne aber ich bin gespannt auf den nächsten job das ist jetzt hier so ein bisschen effekt du gedönsel aber cool wir haben einen beweis kannst den rauch auch einfach ganz normal lassen finde ich perfekt eure meinung in die kommentare ich bin raus macht's gut haut rein ciao ciao